Und kommen wir vielleicht mal wieder raus aus der Kondensation? Okay, wir sind scheinbar wieder draußen. Und, ja. Das erste, was wir sehen, ist natürlich die Dunkelheit. Die dunkle Welt. Der Spielspaß und Freude. Wo sind wir denn eigentlich? Kleine Karte von diesem Ort. Toll. Gewehrpatronen, aber kein Gewehr. Ne, da kommen wir bloß her. Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. Ich renne hier bloß kreuz und quer in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Das ist bestimmt gleich Sackgasse oder so. Wow. Heilige Scheiße. Okay, es ist das Motel. Da kommen wir noch hin zurück. Was ist das? Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht dieses Mal. Das Gefühl ist anders. Anteil des Begangs von Realität zu einem Albtraum. Das ist sehr wie eine Realität, die zu einem Albtraum wird. Ich mag dieses Gefühl nicht, als ob hier etwas Schlimmes passieren wird. Ja, das glaube ich, Harry. Das glaube ich dir. Kein Zweifel. Da verschreckt ich das Gefühl hier vor. Hm, wem sagst du das? Scheiße, nein. Nicht schon wieder diese schwarze Gitterwelt. Die ist mies. Und keine Karte. Das ist noch mieser. Das heißt, man weiß nicht, wo man hinrennt. Man ist gezwungen, in die Dunkelheit zu rennen. Ohne zu wissen, wo hin. Das heißt, es kann auch passieren, dass man getroffen wird. Und zwar ziemlich massiv. Gegner nähert sich. Das finde ich auch geil. Du rennst und rennst und rennst und rennst und rennst und kommst letzten Endes zu einer Sackgasse hin. Bitte irgendwo nicht hier, wo ich rein kann. Da wäre ich gerade sehr, sehr dankbar für. Auch das ist mies. Geht's hier weiter? Ich glaube, ja. Komm. Renne dahin. Renne da. Gott. Oh, diese Anspannung. Das Spiel braucht wirklich Nervkitzel auf ohne Ende. Uiuiuiui. Wo sind wir hier? Uiuiui. Sibyl. Harry. Wie kam du hier zurück? hier. Ich folgte den Pferd. War du derjenige, der die die Frenzen cutte? Ja. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Ich hatte Angst über dich. Du hast Angst? Wo hast du geschehen? Keine Ahnung. Ich will wissen, was hier passiert. Was ist mit dieser Stadt? Das kann sich wirklich aus der Bühne sein, aber hör auf mich. Du musst mir glauben. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich dachte, ich habe mich verloren. Aber ich weiß, dass ich nicht. Es ist nicht ich. Diese ganze Stadt. Es ist durch den anderen Welt. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch. Der Geruch ist geholfen. Ich bin ein Mensch. Ich bin mit dem Erinnerungs-Geräusern. Ich denke, dass ich endlich begrenze, was die Frau sagte. Harry. Aber ich verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe es mir selbst gemacht. Ich glaube, ich kann es nicht erklären. Was macht das passieren? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Cheryl da ist. Da ist es? Unter jemandem diese Schmerz. Cheryl ist irgendwo, und sie braucht meine Hilfe. Harry. Das Ganze ist ein großer Schmerz für dich. Du musst dich restieren. Sibyl, ich... Der Dämon ist wundern, spüren diese Wings. Dahlia Gillespie. War es nicht so, wie ich sagte? Ich sehe alles, jetzt. Ja, alles. Fertig für die Schmerz, der Dämon spüren die Land. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Und was weiß, die Aufgabe ist fast. Es gibt nur zwei. Die Schmerz. Für diese Stadt in der Abyss, die Mark von Samael. Wenn es complete ist, alles ist verloren. Die Schmerz. Auch im Zeitraum, die Schmerze schütze die Sonne. Die Möge gehen und die Martyrs schütze in den Füllen der Hellen. Alle werden sterben! Also, was soll ich machen? Ich muss die Sheryl retten. Es ist einfach. Stopp den Dämen! Der Dämen! Der Dämen! Der Dämen! Der Dämen! Der Dämen! Der Dämen! Stopp ihn bevor deine Frau wird ein Sacrifice. Bevor es zu late. Stopp ihn! Stopp ihn! Was mache ich? Geh zum Lichter an der Läge. Und zum Zentrum des Amusten Park. Machst du. Du bist die einzige Hoffnung. Schau, Harry. Ich verstehe wirklich, was passiert. Aber wenn es eine Chance gibt, dass wir unsere Dämmel retten können... Ich bin. Ich werde den Amusten Park. Geh zum Lichter an. Sybill, danke. Du musst ihn nutzen. Was? Die Fläuers. Nur damit kannst du es stoppen. Was über Sybill? Ich glaube, das ist jetzt so eine Entscheidungssache. Ob wir zum Leuchtturm gehen? Oder Sybill folgen? Oder Sybill folgen? Ehrlich gesagt will ich da jetzt nicht nochmal raus durch diese Tür. Ich habe gesehen, was da war. Zudem würde ich einfach mal sagen, dass ich erstmal noch einen weiteren Speicherpunkt setze. Zwei. Zwei am besten. Und dann einfach mal mich für diese Tür entscheide. Oh Gott. Natürlich ist die schwarze Welt immer noch da. Und ihre ganzen Gegner. Ich glaube, das war richtig, oder? Wenn ich hier lang gerade offen bin. Ach du Scheiße. Sind immer noch... Sind natürlich auch die Gegner da. Und ich denke mal, ich muss hier irgendwie lang. Ich glaube, hier gibt es sowieso zum Leuchtturm. Ich glaube, hier gibt es sowieso zum Leuchtturm. Alles voller Gegner hier. Das musste gerade sein, denn dieses vierte mich fast getötet. Apropos, ich sollte vielleicht nur Tonikum einschmeißen. Bevor ich komplett verrecke. Die Ampulle werde ich mir noch aufheben. Oh, ich hasse diese Sackgassen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Ich renne einfach nur. In der Hoffnung, dass ich irgendwann ans Ziel komme. Okay, Leuchtturm, 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 Leuchtturm. Rein da. Ich glaube, ich sollte vielleicht erst einmal... ...alles wieder normal werden lassen, damit ich... ...zum Motel gehen kann. Das hatte ich ja noch vorgehabt. Ich wollte ja irgendwie... ...ähm... ...die Welt wieder normal schalten. Oder zur Nebelwelt. Die Snow sang angenehmer als... ...diese Schattenwelt. Warte! Verdammt, es war zu late. Okay, was ist das jetzt hier? Hm, ich glaube, ich muss wieder runter. Die Leuchtturm verlassen. Und tiefer und tiefer und tiefer. Und... ...hat ich jetzt was getan? Alles wieder normal, oder... ...immer noch schwarze Hölle? Nein, es ist immer noch schwarze Hölle. Und ich habe einen Treffer kassiert. Durch mein relativ beklopptes Verhalten gerade habe ich einen Treffer kassiert. Obwohl... Na, er war eigentlich wahnsinnig so bekloppt, weil... ...ich wollte herausfinden, ob er es jetzt gebracht hat. Hm... Kann man so irgendwas machen? Wie was benutzen oder so? Hm... Kann man so irgendwas machen? Na ja, ist es los. Kann man irgendwo hier rum? Das ist vielleicht ein unnötigbarer Weg, den wir nicht sehen. Oder sein wir nur... Naja... ...hier ist... ...jetzt scheinbar nichts weiterbewegenes. Übrigens, wir haben gerade Alessa gesehen. Den Dämon. Und zugleich auch das arme Kind, das... ...ja... ...der extra Reihe verbrannt wurde. Und ich bin gleich wieder da, Leute. Und jetzt... ...kannst du das? Ja... ...kannst du das? So, da sind wir wieder und uns hat sich die Gleichigkeit verändert, das habe ich gerade bemerkt. Und zwar sind draußen jetzt Hunde unterwegs, ist mir gerade aufgefallen. Vielleicht ist das ja die kleine Veränderung, die sich jetzt verändert hat. Jedenfalls denke ich mal, dass wir jetzt... Ja, ist egal, noch ein Safe. Nein, nicht noch ein Safe. Dass wir jetzt zum Boot zurück müssen. Vermute ich jetzt mal einfach so. Ja, da sind Hunde überall. Okay, wo bin ich jetzt? Achso, im Boot. Okay, wir sind anscheinend zum Begnügungspark. Ist jetzt draußen ja alles normal oder ist immer noch die schwarze Welt? Ich vermute mal stark immer noch, oder?